Für einen crazy Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu The Evil Within. Alter. 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 Alter, 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 Alter. Alter, wir sind tot. Okay. Okay. Dann machen wir es mal lieber so. Oh man, ich kann nicht mehr laufen. Und der schon. Da ist auch wieder so ein Vieh. Okay. Okay. Alter, die Viecher, die sind scheiße. Kommst du? Das gibt es doch jetzt nicht. Alter. Der hat sich selbst in die Luft gejagt, das ist sehr schön. Und dann noch zwei? Ich brauche keine Ausdauer mehr. Alter. Wie viele denn noch? Wie viele denn? Ich brauche keine Ausdauer. Ich brauche das. Ich brauche das. Ich brauche das. Streichhölzer, Munition Alter, ich muss die Häuser hier durchsuchen Och, fuck you Oh mein, das war nichts zu explodieren, scheine Kommt schon, folget mir Alle haben euch lieb, ihr seid wie mir Alter Extremst scheiße schwer gerade Mich abgehängt, sehr schön, danke Da lag doch gerade was Streichhölzer, danke Ah, nee, fuck you Oh yeah Sorry Bruder Und du läufst da einfach Das sah ich mal als kleines Geschenk für mich an Irgendwann für die Spritze und hier Burn, baby burn Puh, hätten wir das auch Einmal nachladen Ich schleiche hier nur rum Das geht gar nicht Aber okay Einen Kontrollpunkt hätten wir erreicht Alter Einfach horisch Gut so Lass euch bloß nicht stören Wie es aussieht Muss ich an dem vorbei Scheiße 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 Nichts wie weg von hier Ach du Kacke Wow Oh. Kapitel 2 überlebt. Okay. Spiel speichern. Ja, ich möchte darüber speichern. Dankeschön. So. Ich würde sagen, noch ein Kapitel und dann... Warte, ich muss auf die Uhr gucken. Ja, noch ein Kapitel schaffen, aber heute eine Aufnahmesession. Kapitel 3. Die Klauen der Horde. Okay, ich muss mal wieder zum Timer umspringen. Die Klauen der Horde. Jetzt darf ich den ganzen Weg wieder hochgehen, oder? Oh, Mann. Komm, verzieht euch. Alter, warum... Die Tür hält es automatisch auf. Ah, deswegen. Damit hinter mir alles zusammenbricht. Ich verstehe. Hallo? Ist jemand zu Hause? Nein. Gut, wo lang? Oh, eine Axt. Hä? Habe ich die jetzt? Da ist Hilfe Koffer. Brandbolzen. Doppelschulflinte. Wo ist die Axt? Dankeschön. Mit der Axt fühle ich mich ein bisschen sicherer, als mit so einer scheiß Glasflasche. Glasflasche. Wer ist da? Nicht schießen. Ich bin keiner von denen. Ich bin Doktor. Marcelo Jimenez. Sie waren vor dem Unfall in dem Krankenwagen, richtig? Ja, wir haben mit Glück überlebt. Haben Sie noch jemanden gesehen? Meinen Patienten Leslie. Ich habe ihn vorlaufen sehen, aber... Aber? Kommen Sie hier lang. Aber bitte leise. Sehen Sie selber. Diese Dinger haben mich den ganzen Weg ins Dorf verfolgt. Mich auch. Die sind hier überall. Leslie ging durch dieses Tor. Oh Gott. Es sind zu viele, um sich durchzuschießen. Einer von uns könnte sie weglocken, während der andere das Tor öffnet. Sie sind der mit der Waffe. Wenn Sie meinen. Okay. Dann heißt es jetzt... Abscheidliches Ding. Da ist eine Kurbel auf der Terrasse. Was? Ich soll die Kurbel auf der Terrasse doch nutzen? Gut, jetzt kommt meine Aufgabe. Hier drüben! Hier! Hey! Hier drüben! Hier geht es lang! Der Alte geht dabei noch drauf. Ich dachte, ich soll ablenken. Okay. Granate. Dieser Stielhandgranate ist eine Relikt von vor 100 Jahren. Niemand weiß, wie sie in Privatbesitz gelangen konnte. Das war's mit meiner Axt. Alter! Alter, V und C sind ja auch so dicht miteinander, ne? Ja. Scheiße! Ich brauche Deckung! was? warum tötet der mich denn? mein Ui wui!! Okay, ob wir es schaffen oder so, seht ihr beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt crazy und tschüss.